Hat er dich mit seinem umfassenden Wissen über Mineralfasser betört oder war es seine allumfassende Analyse über Markimark, die dich überzeugt hat? Ich wäre zu gern dabei gewesen. Nur um zu sehen, wie du es mit deinem Gewissen ausmachst. Gleich bei der ersten Verabredung mit einem Juppie scheiße zu schlafen. Er ist kein Juppie. Typen wie den hat mein Terminkalender erfunden. Klar, das ist blass im Vergleich zu deinen komischen Tanten, auf die du so wahnsinnig abfährst. Schon gut. Ist auch egal. Ist es dir wirklich egal? Oder warum benimmst du dich auf einmal wie mein eifersüchtiger Freund? Ich weiß nicht, was du meinst. Ehrlich nicht. Ich wollte eigentlich nur lesen. Gott, wenn es irgendetwas stört, solltest du wenigstens auch den Mut dazu haben, mit mir darüber zu reden. Und was bleibt, ist nur der Augenblick selbst. Die Fragen, die mich verfolgen. Woher komme ich? Wohin führt die Reise meines Lebens? Was ist mein Ziel, mein Sinn? Die Fragen verschwinden. Vielleicht ist das der Sinn, einfach zu sein. Dass alle Fragen aufhören und mit ihnen die Zeit. Wie heimatlicher als Deutsch, weil es ist, irgendwie trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat, oder gefüllt ist, ist das irgendwo so ein bisschen die Sprache vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Dieses Wort sieht, ich wusste auch, ich wusste auch jemanden. Ag Executive erst im Ort bis notwendig. Untertitelung des ZDF, 2020